Ich sehe gerade, du hast dich aber ganz schön gewehrt, Kindkarpfen. Naja, ich hatte sechs Leute um mich rum und keiner kann mir helfen. Nicht mal draufgescopt. Doch, ich hab draufgescopt. Ich hab auf dich draufgescopt. Du musst dir das Video nachher noch anschauen. Dragl, du musst auf Readyhau. Ja, hab ich schon, ja. Du sitzt auf dem Baum im Fernglas und guckst den Leuten beim Töten zu. Nee, beim Getötetwerden, bitte. Du weißt auch nicht, ob ich von mir rede oder von denen, die mich umgebracht haben. Schau dir das Video an. Es hat so ein paar dozente Highlights drin. Ich weiß nicht, ich glaub, dann werde ich aggressiv. Ich glaub, dann schreib ich einen Kommentar. Dann schreibst du einen Kommentar drunter. Ja. Oh mein Gott, Leute. Ich krieg einen Herzinfarkt. Ey. Oh nein, schade. Ich bin nicht mehr so jung. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin nicht mehr so jung. Ich höre, sehe und weiß das. Ja. Ich seh manchmal den Nebel vor lauter grauem Stahn. Ich sag's dir. Ja, krass. Ne, Moment, ich seh den grauen Stahn vor lauter Nebel nicht. So war's richtig, genau. Ich folge Kirch... Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, Kirchhafen zu folgen, weil der nimmt dann das erstbeste Auto und fährt einfach auf die andere Seite der Map. Ja, klar. So kennt man ihn. Dragl ist voll eingeschüchtert, sagt gar nichts mehr. La Cogrella? Nein, gar nicht. Nein, nein. Ach Gott, ach Gott. Auch gestern, wie gesagt, unsere Flugstunde war einfach traumhaft. Umziehen, 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 umziehen. Schaffe ich das noch? Ha, ich will jetzt den Dreckhaufen. Sehr gut. Meine Mama hat gesagt, ich kann werden, was ich will. Deswegen bin ich jetzt ein Problem. Hi, I'm the problem with me. Ja, sie geben dir so viel, hat mal, sagen die Eltern immer, sie geben dir so viel. Ja, Eltern sagen auch, oh, meinst du, das süßeste Baby der Welt? Nein, also, nein. Nein. Objektiv nicht. Manche Kinder sehen, finde ich, so richtig aus wie so gepellte Mandarinen. Gepellte Mandarinen? Ja, weißt du, wenn doch so leichte, so leichte weiße Fasern überall hängen. So ein bisschen schimmlig. Ich muss jetzt mal kurz fragen, warum nehmen wir immer Drop Points, wo wir hundertprozentig sicher sind, dass wir da nicht hinfliegen können? Weil du dich nicht wehrst und sagst, wir folgen Killkarten. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Nee, ich meine, wir hätten auch Picardo oder so reinspringen können und halt direkt sterben. Nee, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Ich weiß. Du hast recht. Du hast recht. Nee, das ist durchdacht. Wir kommen da ja hin. Also, es ist ja nicht so, als würden wir hier jetzt direkt den Stein runtergehen. Wir kommen da ja bis hin geflogen. Ja. Du musst halt auch nur fliegen können. Alles. Ich glaube, das scheitert es. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Versuch einfach, diese Sachen zu ignorieren. Das gibt sich wieder mit der Zeit. Ja, und? Ist das jetzt ein persönlicher Angriff? Nein, das ist nicht. Das war ein allgemeiner Angriff. Ach so. Das war der Angriff. Ja. Ich find nicht dich scheiße. Ich find alle scheiße. Ich find, genau. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, wie das so schön heißt. Wo seid ihr eigentlich? Dragl ist über mir. Okay. Ich hab gestern mit ZPW Wodka getrunken. Was? Ey, heute ist Freitag. Hattest du nicht gest... Oh mein... Ach nee, ja gut. Nee, warte mal. Gestern war Abitur. Gestern war... Ja, musste sie es dann noch mal schreiben? Ja. Ja, das war richtig. Musst du dir es noch mal schreiben, da? Also... Uns wurde während der Klausur die Klausur weggenommen. Dann wurde gesagt, Abbruch. Dann mussten wir zweieinhalb Stunden warten, bis neue ausgeteilt wurden. Und dann mussten wir mit denen, mussten wir halt die schreiben. Und das Ding ist wirklich, das war so, die, die wir zuerst hatten, das war die einfachste Klausur ever. Wirklich. Das war, als hättest du einem Kind ein Schoko-Eis gegeben, das es noch nie im Leben probiert hat. Das Kind leckt einmal dran. Die Eltern nehmen dem Kind dieses Schoko-Eis weg und pfeffern dem Grünkohl auf den Teller. Aber wie ist es... Also normalerweise... Jetzt mal im Ernst. Normalerweise, wie machen das denn normale Eltern? Normale Helikoptereltern gehen da vor Gericht in so einem Fall. Gibt's bei euch in der Schule keinen mit einer Rechtsschutzversicherung? Da kann man doch bestimmt irgendein Szenar entwickeln. Ja, aber können wir da vor Gericht gehen? Also was sollen wir denn da machen, wenn der Einzelbruch... Einfach verklagen. Einfach verklagen. Einfach mal draufklagen. Worauf würdest du denn verklagen? Was weiß ich? Also ich, wenn ich mich mit Eltern unterhalte, dann sagen die, am Ende des Tages läuft alles immer auf Verklagen raus. Egal wen, egal wie, egal weshalb, es wird immer verklagt. Ja, super, dann darfst du die Anwaltskosten zahlen. Yay. Ja, deswegen habe ich gesagt, ihr braucht eine Rechtsschutzversicherung. Das müsst ihr natürlich machen. Muss ich jetzt an der Stelle Disclaimer sagen, das ist keine Lebensberatung, das ist ein Computerspiel. Also wer sich von dir eine Lebensberatung einholt, hat auch sowieso verloren. Nein, einfach verklagen. Einfach verklagen. Na, du weißt nicht weiter. Verklag dein Gegenüber. Ah, shit. Komm ich da durch mit meinem Laster hier? Oh, das klingt, als würde ich mich drauf schießen. Ja, schießt. Ja, rate mal. Das rate, rate mal. Hab's sogar angefangen. Der ist es noch nicht gewöhnt. Lass ihn in Ruhe. Er ist es noch nicht gewöhnt. Lass, lass Tragen in Ruhe. Kilke Apfel. Hab ich den gemacht? Der kennt unseren Humor noch nicht. Doch, ich kenne den Ruhe nur. Also wenn er wirklich alle Videos gesehen hat, dann kennt er uns besser, als wir uns gegenseitig kennen. Das ist möglich, wahrscheinlich. Alle Videos, ja. Das klingt schon ein bisschen wie eine Drohung, wa? Ja, 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 ja. Ich weiß jetzt aber nicht von wem an wem. So generell wieder so eine allgemeine Drohung einfach. Ich bin brav. Ich bin einfach nur an dich. Ach so. So, ich brauche noch, irgendwie brauche ich noch ein Zweier-Scope. Und das war's. Und ein Sechser-Scope. Zweier und ein Sechser. Sechser-Transformier-Authen. Ne, ich finde schon eins. Ich finde schon eins, ich finde schon eins. Wenn du eins übrig hast, kannst du es mir geben, aber wenn nicht, dann lass mich mal, ich finde schon eins. Du kannst mit dem Sechser besser umgehen, als wie ich. Ah, pff, du. Mir reicht der Vierer auch. Passt schon, passt schon. Ich habe ein Emergency-Pickup. Ich brauche ein Magazin, weil ich ein MG habe. Okay, Emergency-Pickup hier an der Tankstelle, falls ich wieder irgendwas Dummes markiere, damit wir es wieder finden. Mhm. Was hast du gesagt? Brauchst du doch? Ich brauche ein Magazin für mein MG. Boah, ich habe ein Extended Mag, ey. Gegen was tauschst du? Tauschst du gegen Sechser-Scope? Ne, habe ich nicht. Ach komm, ich gebe dir das Extended Mag auch so, ey. Aber nur, weil ich nett bin, ey, ganz ehrlich. Ich könnte dir eine Panzerfaust im Gesicht anbieten. Ey, ich nehme Sechser-Scope wieder mit, ey. Ne, Extended Mag. Ey, egal, egal was, ich nehme alles wieder mit. Kannst du das mitnehmen? Nein, ganz ehrlich, Mann. Dann gib mal ihm den kleinen Finger, ey. Da, komm. Ja, dann beiße ich dir in die Hand. Na. Ach, der ist natürlich wieder nicht bei mir. Das ist ja klar. Das ist ja... Ja, genau, weil es ist super, super krass gefährlich, wenn keiner mitgekommen ist beim Looten dann, damit man sich nicht in die Quere kommt, woanders hinzugehen. Es könnte sein, es könnte auch sein, dass uns was passiert zu, keine Ahnung, einem Unfall, ja. Dragil springt aus dem zehnten Stock und bricht sich's Bein. Dann kann ihn keiner rivalen. Natürlich, dann bist du ja da, weil du bist ja bei ihm. Aber wenn du aus dem zehnten Stock springst, wie ich bei dir wäre, zum Beispiel, würdest du trotzdem sterben. Aber wenn du aus dem zehnten Stock springst und es ist keiner da, dann stirbst du doch auch. Alleine. Wenn du aus dem zehnten Stock springst, dann wird das schon einen Grund haben. Ach, Gott. Dragil, was sagst du? Dragil, was sagst du? Wer hat recht? Oh, ja, überleg dich. Das ist geil, ne? Das ist so eine richtig unangenehme Situation, ja. Ich hab Angst. Fast so unangenehm wie mit Kilka-Affeln zusammen im Team zu spielen. Ich find halt echt kein Scope, Mann. Ich find halt echt kein Scope. Ja, dann komm zu mir, dann kriegst du das Sechser von mir. Wie geht das? Okay, alles klar. Ich fühl mich schlecht, wenn ich das mach, aber wir machen's trotzdem. Kein Problem. Kein Problem, nimm's. Da ist es Vierer? Da ist es Vierer. Achso, alles klar. Hä, du spielst ein Vierer und ein Sechser? Ich spiel das Vierer genauso gerne wie Sechser. Ist egal. Okay. Und ein Kastenmagazin. Du brauchst ein Extended und ein Kastenmagazin. Nö, das ist Extended, brauch ich nicht mehr. Achso, ich dachte, ich kann jetzt hier krass verhandeln oder so. Nö, komm mal auf ein Kastenmagazin. Hier ist ein Kompensator für AR. Den hab ich weggelaufen. Den hab ich weggelaufen. Alter. Was hast denn du alles? Du hast... Ja, okay, das passt. Jetzt hast du die Kleider hochgelettert. Was hast du hochgelettert? Jetzt hast du die Kleider hochgelettert. Oh mein Gott. Und? Das Geile ist, ich bin nüchterner besoffener als besoffen. Ja, hat sich die Gesetzeslage leicht geändert. Jetzt ist alles legal, oder? Wie ist das? Keine Ahnung. Ach, stimmt. Da haben wir diskutiert. Keiner weiß Bescheid. Alles klar. Ey, ich hab null Boost-Items. Ich hab zwei Painkillers. Das ist alles. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ein Gemma wär auch geil. Ja. Ein Gemma. Guck mal, hier ist ein M24 und ein Wangenpolster. Noch ein Wangenpolster. Eine K. Noch ein Kompensator. Zweier Scoop. Ich muss den Rucksack um mehr Munition mitnehmen zu können. Zweier Scoop an der Ork ist nicht so schlau, oder? Hier ist ein Dingsbums. Holo. Ah, Holo ist gut. Ja, das würde ich nehmen. Sag mal, weißt du eigentlich noch, wo das M24-Pickup war? Weil du ja vorhin dann das Magazin markiert hattest. Dings, äh, Tankstelle. Und du weißt noch, wo die Tankstelle ist? Tankstelle ist... Das Ding hier. Ja, ich muss man ja nur noch mal vorher nachfragen. Ja, ja, ja. Ach, ich bin... Lightweight Grip, keine Ahnung. Das ist doch was, das spielt Kill-Karfen immer, glaube ich. Ja, aber nicht auf dem MG. Oder auf dem M24. Das wäre eigentlich voll gut, wenn man das einfach so dran spaxen könnte. Ja, ein Schally auf dem MG wäre geil. Ja, das wäre geil. Hörst du das auch? Nach jedem Spiel schon einfach, einfach neuen Schally benutzen müssen. Ja, das raucht, meine Damen und Herren. Alter, ich habe allein vom Angucken von den fettigen Nudeln schon Klammfinger. Ey, ganz ehrlich, wir brauchen das Notfall-Pickup nicht. Wir sind ja einfach hier voll, voll top unterwegs. Ja, aber vielleicht müssen wir irgendwann dann mal drauf, also irgendwo drauf fliegen. Ah, das ist ein guter Punkt. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Berg, wo man so nicht draufkommt oder so. Das ist ein guter Punkt, ey. Der Kill-Karfen, der spielt voll mit Strategie und so Zeug, ey. Ja, auch so ein Hausdach drauf. Ey, ich sage dir, mit Dächern kenne ich mich aus. Der steigt echt öfter mal aufs Dach. Das habe ich schon gemerkt, ja. Ey, ich brauche Boost-Items. Es hilft nix. Ich brauche Boost-Items. Ich habe bisher nur fünf... Ich habe verhältnismäßig wenige Bandagen, nur 25 diesmal. Ich habe fünf. Ich brauche Boost-Items. Shit, 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 shit. Ah, da ist eine Red Bull-Dose. Nice, die nehme ich. Ich habe eine von den 25 Bandagen weg. Tuff, tuff, ich bin ein Zug. Tja. Können wir drei Sine fahren? Leider nicht. Wir müssen aufpassen. Ich glaube, jetzt demnächst könnten Dudes auftauchen, denn wir sind jetzt schon echt lange hier am rumlooten. Guck mal, hier ist ein Energy. Ja, vielleicht sollten wir uns wirklich irgendwie, aufgrund dessen, dass wir noch 13 Sekunden haben, irgendwie Richtung Fliegen begeben. Ja, hopp, let's do that. Wir treffen uns an der Tankstelle. Ich weiß immer noch nicht, wo die Tankstelle ist. Shit, MG 2. Warte mal, ich habe auch die MG. Ich nehme auch die MG. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das MG. Oh Gott, jedes Mal. Das Maschinengewehr. Die Killkarven sagt immer das MG, ey. Ganz ehrlich. Wenn ich jedes Mal 5 Euro kriegen würde, die MG, das MG, ey, es ist das MG. Wenn ich jedes Mal einen Euro dafür geben würde, wenn mich irgendjemand als sie betitelt, wäre ich jetzt auch reich. Wir wären alle reich. Ich merke schon. Ich merke schon. Auf der Scope braucht jemand. Ich habe eins. Ich habe einen Sechser, das reicht mir. Du bist alles ja. Ja, es ist Gönn dir, haben wir gestern schon gesagt. Gönn dir. Die konnte ich nicht umgehen. Wie ist denn das eigentlich? Hat schon mal jemand dieses komische Energy-Zeug da getrunken? Nicht, ne? Gönnergy heißt das? Ja. Ist ein Schmarrn, oder? Ne, ist gut. Ist halt. Muss man halt Energy für mögen, wa? Wah, ne, mag ich so ohnehin nicht. Hier muss das Ding irgendwo liegen. Soll ich zinsen? Ich zinde. Ja, ja, mach mal. Wir überlegen mal, wo geht man raus? Der höchste Berg. Der Läger wird ja auf irgendein Hausdach oder so. Okay. Also wir könnten auf so ein Hausdach fliegen oder so vielleicht, wo man nicht draufkommt, weißt du? Äh, ja. Wo wir aber trotzdem auch nicht direkt wieder weiter müssen. Wir können auch gucken, wo die Zone hingeht. Ja, machen wir so. Welches Hausdach? Das da? Okay, wir probieren. Oh Gott, das schaffe ich wieder. Ja, wir können ja erstmal gucken, wo die Zone gleich hingeht. Ja. Ja, das ist top. Das Hausdach ist gut. Dragl, traust du dir das zu, da drauf zu landen? Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, da drauf zu landen, aber mal schauen. Ja, ich probiere es auch. Du musst ihn nicht belieben. Was jetzt gleich passiert ist, wir stehen unten am Haus, Killkafen steht oben und entweder wird Killkafen gekillt und kann uns nicht, wir können ihm nicht helfen oder es passiert genau das Gegenteil, aber ja. Weißt du, was katastrophal ist? Ja, statt heiß und fettig, kalt und glücklich, Alter. Nicht cool. Uh, ist das hier? Ne, den. Ja, es ist an dem Marker. Oh ja, auf dem Haus saß ich schon mal. Das ist ein schönes Haus. Das ist ein gutes Sitzhaus. Ich habe es verkackt. Ich auch. Alter, wirklich. Ich bin viel früher, als ich hier rausgesprungen bin, auch noch ausgesehen runtergekommen. Ich habe es nicht verkackt. Ich bin oben. Ich bin oben. Shit, Dragil ist unten. Was machen wir jetzt? Mist, was machen wir jetzt? Oh Mann. Ey, Killkafen, du bleibst oben, ich gehe jetzt runter zu Dragil. Ich gehe runter zu Dragil. Ich gehe runter zu Dragil. Ich lasse Dragil nicht allein, Mann. Ich habe ein schönes Bezirat. Ich komme runter zu dir. Ich komme hier runter zu dir. Ah. Killkafen, du musst uns jetzt beschützen, so wie bei Blackhawkdown. Da. Ah ja, schon geht es los, ja. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. Moment, die sind aber nicht hier. Da hin? Ne, ne, sind da. Oh, steig aus, bleib sitzen. Guck mich an. Noch ein Auto. Ey, ganz ehrlich, Dragil, wir verbunkern uns hier oben irgendwo. Ja. Und gut ist. Bis dahin, der Maulie. Auto ist da unten. Das andere Auto ist in dem Kompon 4. Ist ein... Ich habe vergessen, wo der Kompon ist. Roter Marke. Auto kommt, raucht Ultra. Ich check es nicht, wirklich. Da unten, da unten sind auf jeden Fall zwei Teams, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich komme hier halt nicht runter, ne? Wie, du kommst nicht runter? Diese Gravitation ausgestellt, oder was? Alter, hier ist eine Kante. Wow. Und der Typ hat mich durch diese Kiste, die hier oben steht, erschossen. Da durch. Hä, was, wie, was, was, was? Moment, du bist... Ja! Es, willst du... Du bist gelockt aus dem Dach. Ja, was soll ich gegen Cheater tun, ganz ehrlich? Was soll ich tun? Wart mal, wart mal, wir smoken dich ein, okay? Ja, und dann? Und dann hast du smoked zumindest schon mal. Das ist der erste Schritt. Ja, dann komm hier hoch. Versuch's. Dragil, geh weg vom Fenster. Nein, ich habe gerade einen in dem Visier. Zwei Mal getroffen. Markier die bitte. Welcher Marker ist das? Wie geht die markiert? Radio Message. Aber das ist jetzt, während dem Kampf nicht gut ist, einzu... Ja. Jetzt haben sie mich gesehen, ja. Ja. Ich habe drei Mal getroffen. Sehr gut, sehr gut. Die kommen jetzt zu uns. Jetzt können wir unser Rattenspiel vergessen, sage ich dir. Ja. Der Kill-Karfen liegt auf dem Dach hier. Was machen wir jetzt mit dem Kill-Karfen? Was können wir jetzt sagen, ja? Wir können mit dem Kill-Karfen jetzt exakt gar nichts machen, weil... Weil du runtergesprungen bist. Weil ich... Ja, okay, I give you that. Ja, das stimmt. Ja, okay. Ja, nee, ich hätte oben bleiben müssen. Ja. Ja, das stimmt. Wir verteidigen den Kill-Karfen. Wir verteidigen... Die Leiche vom Kill-Karfen. Wollen wir jetzt mal... Wollen wir jetzt mal irgendwie... Aggressiv spielen oder spielen wir Rattich? Dann muss der Kill-Karfen halt noch ultra lang zugucken. Das könnte sein, dass es... Aggressiv? Ich komme. Wart mal, ich brauche mal noch mal eine Sache. Muss ich noch geschwind... Irgendwas ist mit meinem Sexerscore weird. Warum hat er 47 als Sensitivity? So, wo ist es dir? Warum ist die Sensitivity von dem Zeug so hoch? So, jetzt. Jetzt können wir... Jetzt können wir... Metzeln hier. Jetzt können wir metzeln. Wo waren die? Ach so, du kannst sie markieren. Oh, Mann, ey. Eigentlich mit dem Mausrad, wenn man da drauf... Ja, ja, ich habe gerade drauf gedrückt. Das geht. Okay, okay. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Markierung auch da ist, wo die Gegner... Ja, das machen wir. Das ist mein nächster Plan. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich sehe halt echt keine mehr. Ich sehe keine mehr. Die sind... Die kriechen jetzt gerade alle hier auf unseren Berg hoch. Schleichen sich von allen Richtungen aus an. Suchen wir unser Haus aus. Und die aus dem Compound hier unten sind auch nicht mehr lange drin. Shit, Mann. Es wird hier voll werden nachher. Es schießt wer auf uns. Ich sehe ein Team. Boah. Ey, die treffen lecko Mio, ey. Die treffen... Gelber Marker. Nicht gelber... Roter Marker, meine ich. Ich sehe sie nicht mehr. Ich habe Furkan 092 mit der Mini ausgenommen. Aber ich glaube, der hat noch einen Buddy am Start hier. Da unten geht jetzt gleich Smoke auf, glaube ich. Da sind das die vom gelben Acker gewesen, die da hochgelaufen sind. Weil wenn ja, dann ist einer davon der Cheetah. Oh, keine Ahnung. Acker hochgelaufen, weiß ich nicht. Ich sehe den Bro nicht mehr. Ich sehe den Dudarino nicht mehr. Ich mache jetzt was sehr dummes. Rakel, du bleibst am Compound. Ich sehe die Kasper nicht mehr. Shit. Ja, das war es. Das war dumm, wie ich schon sagte. Aber jetzt muss wenigstens der Kill-Karfen nicht so ähnlich auf dem Dach bleiben. Oh, Ejo, krass. Aber es ist komisch. Also dafür, dass sie niedrige Levels haben, spielen sie echt gut. Dafür, dass sie niedrige Levels haben, spielen sie echt gut. Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie mit jeder Season, also sobald die Season immer neu anfängt, dass da immer auch wirklich nochmal eine Horde Cheetah mitkommt. Das kann sein, ja. Das kann sein. Das hat Compound auch schon geschrieben. Das kann sein. Das hat schon aufgefallen. Und es ist Monatsanfang und neue Season. Ganz schlimm. Aber warum? Weil die Richtung Ende des Monats immer dann so weggeband werden mit der Zeit? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, vielleicht werden die zwischendurch wecken, können sich dann nach der Season... Weiß ich nicht. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.